4 5 5 3 4 5 5 6 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 12 15 15 16 15 16 18 19 19 20 20 20 Er ist so großartig. Er hat nur zwei Tage lang. Wie zwei Tage lang? Er hat nur zwei Tage lang. Er hat nur zwei Tage lang. Er hat sogar in deinem Haus. Er hat nur zwei Tage lang. Meine Mutter. Mein kleiner Hermann. Mein Name? Mein Name. Aber die wissen, dass er zu mir gehört. Ich hab das gleiche gemacht. Die wissen dann, dass er zu mir gehört. Dass die den nicht irgendwo anders umbringen. Und mir ein falsches Baby geben. Das wäre doof, ne? Ja. Ja. Ich bin so stolz. Ihr müsst euch auch erst mal kennenlernen, ne? Hm? Ihr müsst euch auch erst mal kennenlernen. Da? Ja, du und dein Bruder. Hm? Hm? Ja? Was? Wir müssen dich da auch kennenlernen. Ja, natürlich. Du bist sehr großartig. Ich bin so stolz. Bei dir bitte. Eine Haare? Oh, ich bin tot hier.